Dr. Sebastian Sander ist Chefchirurg in der Nachtschicht, in der Notfallaufnahme und ja, ist ein, ich würde sagen, Arzt aus Leidenschaft. Mein Name ist Oliver Frank, ich übernehme den Dr. Sebastian Sander und herzlich willkommen im Klinikum Köln-West. Dr. Sebastian Sander ist, wie gesagt, ein Arzt aus Leidenschaft, ist unglaublich hilfsbereit, möchte einfach mit seiner Arbeit Menschen helfen, geht auch immer gerne zu Ärzte ohne Grenzen ins Ausland und ich glaube, das ist sein Hauptantrieb, dass er weiß, er hat diese Talente zu schneiden und zu helfen und die möchte er dann auch nutzen. Ein Arzt zu spielen ist interessanterweise großartig, also es macht mir richtig Spaß. Ich übernehme mit dem Kittel gleich das Gefühl einer Verantwortung, das Gefühl von Kraft, von Sicherheit und ich versuche natürlich so viel wie möglich auch zu recherchieren, worüber ich rede oder was ich da tue, damit man auch so ein kleines bisschen weiß, worüber man spricht. Wenn man es nur ausspricht, ohne zu wissen, worüber man redet, ist klar, dass die Kompetenz nur gespielt ist und nicht wirklich da und das wird auch ein Zuschauer merken. Also das ist meine große Arbeit hier am Set. Der Neutig muss deine Kraniotomie durchführen, um die exzessive Hirndrucksteigerung zu stoppen. Zum Glück ließ sich das Hämatom ohne weitere Komplikationen entfernen. Ich habe schon viel gelernt, ja. Ich kann jetzt nur von zwei UPs sprechen, die wir bis jetzt gemacht haben. Da wurde natürlich nicht das Schnitt an sich gezeigt, sondern man sucht sich dann Kamerapositionen, wo man sieht, dass wir Instrumente nehmen, dass wir etwas machen. Und das soll auch dann natürlich alles in der Reihenfolge und so stimmen, aber man sieht nicht direkt, wie man schneidet. Und natürlich möchte ich auch keinen Kollegen aufschneiden. Also es ist wirklich so, dass schon beim Pilotdreh alle Kollegen sich wahnsinnig gut verstanden haben. Wir haben wahnsinnig viel Spaß, wir lachen sehr viel und das ist ganz viel wert. Tja ihr Lieben, das war es jetzt von mir. Das war das Set der Nachtschwestern. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen, wie es bei uns aussieht. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wir haben unseren Spaß. Ciao.